Hianna, danke, dass du mit mir in den Laden gekommen bist. Ich schätze deine Hilfe sehr. Kein Problem, John. Ich helfe gerne. Was brauchst du? Brot, Milch, Eier, Fleisch, Gemüse, du weißt schon. Haben Sie ein Budget für all diese Lebensmittel im Sinn? Nicht wirklich. Ich muss nur sicher gehen, dass wir genug Essen für die Woche haben. Nun, es könnte eine gute Idee sein, ein Budget festzulegen, damit sie nicht zu viel ausgeben. Ich kann dir dabei helfen, wenn du willst. Okay, das klingt nach einer guten Idee. Wie viel sollten wir Ihrer Meinung nach ausgeben? Lass uns sehen. Basierend auf dem, was Sie mir erzählt haben, denke ich, dass wir ungefähr 150 Dollar für die Woche anstreben können. Das sollte alles abdecken, was Sie brauchen. In Ordnung, machen wir es. Gehen wir zur Bäckereiabteilung und holen uns frisches Brot. Klingt gut für mich. Oh, diese Croissants sehen so gut aus. Willst du morgen ein paar zum Frühstück mitnehmen? Ich weiß nicht, Anna. Wir versuchen, uns hier an ein Budget zu halten. Komm schon, John. Es sind nur ein paar Croissants. Es wird das Budget nicht sprengen. Okay, gut. Wir können ein paar Croissants zum Frühstück bekommen. Aber nur ein paar. Deal Als nächstes holen wir uns etwas Milch und Eier. Ich hab's. Hey, schau da drüben. Die Eier sind im Verkauf. Kaufe eins, erhalte eins gratis. Das ist ein toller Deal. Lasst uns Vorräte auffüllen. Gehen wir jetzt zur Fleischabteilung und holen uns etwas Protein für die Woche. Was sieht für dich gut aus? Ich denke, wir sollten ein paar Hähnchenbrust nehmen. Sie sind gesund und vielseitig. Ich weiß nicht, Anna. Hühnchen kann teuer sein. Es ist aber auch eine gute Proteinquelle. Und wir können damit viele verschiedene Gerichte zubereiten. In Ordnung. Wir holen ein paar Hähnchenbrust. Aber wir müssen vorsichtig sein, wie viel wir kaufen. Das klingt nach einem Plan. Als nächstes holen wir uns etwas frisches Gemüse. Was empfehlen Sie? Ich denke, wir sollten Brokkoli, Karotten und Paprika holen. Sie sind alle voller Nährstoffe und können in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden. In Ordnung. Machen wir es. Zum Schluss holen wir uns ein paar Snacks und Getränke für die Woche. Was schlägst du vor? Wie wäre es, wenn wir Pommes und Limonade für den Filmabend holen? Ich weiß nicht, Anna. Das scheint eine Menge leerer Kalorien zu sein. Aber es ist in Ordnung, sich ab und zu etwas zu gönnen. Und es wird den Filmabend angenehmer machen. Ich schätze, du hast recht. Holen wir uns eine kleine Tüte Chips und ein paar Dosen Limonade. Okay, gehen wir zur Kasse. Ich bin gespannt, wie nahe wir unserem Budget gekommen sind. Ihre Gesamtsumme beläuft sich auf 160 Dollar und 57 Cent. Oh nein, wir haben unser Budget überschritten. Das ist okay. Es ist nicht zu weit weg. Und wir haben alles, was wir brauchten. Ich denke, beim nächsten Mal sollten wir mehr auf unsere Ausgaben achten. Wir hätten etwas Geld sparen können, wenn wir uns genauer an unser Budget gehalten hätten. Ja, du hast recht. Nächstes Mal machen wir es besser. Es hat Spaß gemacht, mit dir einzukaufen, John. Danke, dass ich helfen darf. Kein Problem, Anna. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Also, John, was hältst du von der Essensplanung? Äh, ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Es kann sehr hilfreich sein, ein Budget einzuhalten und sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie für die Woche benötigen. Wir könnten uns hinsetzen und die Mahlzeiten für die nächsten Tage planen. Das klingt nach einer guten Idee. Haben Sie Vorschläge für Mahlzeiten? Wie wäre es mit gegrillten Hähnchen mit gebratenem Gemüse für einen Tag und Spaghetti mit Fleischsausse für einen anderen? Wir könnten eine Pfanne mit Reis, einen Salat mit gegrillten Garnelen und vielleicht ein paar Tacos mit Hackfleisch machen. Die Planung von Mahlzeiten kann nicht nur dazu beitragen, ein Budget einzuhalten, sondern auch die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Sie kaufen nur das, was sie benötigen und verwenden alles, was sie kaufen. Das ist ein gutes Argument. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Und wenn noch Reste übrig sind, können wir sie am nächsten Tag immer zum Mittagessen verwenden. Mir gefällt, wie du denkst, Anna. Du bist voller guter Ideen. Apropos Ideen, haben Sie jemals darüber nachgedacht, neue Rezepte auszuprobieren? Nicht wirklich. Normalerweise halte ich mich einfach an die Grundlagen. Nun, vielleicht können wir diese Woche etwas Neues ausprobieren. Es könnte Spaß machen, in der Küche zu experimentieren. Ich weiß nicht, Anna. Ich bin nicht der beste Koch. Es ist okay, wir können es zusammen machen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ein neues Lieblingsessen. Weißt du was, Anna? Ich denke, du hast recht. Lass uns diese Woche ein paar neue Rezepte ausprobieren. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Großartig! Ich schicke dir später ein paar Rezeptideen. Okay, wir sind wieder zu Hause. Lassen Sie uns die Lebensmittel ausladen und mit der Essensplanung beginnen. Klingt nach einem Plan. Also, wie sollten wir das angehen? Lassen Sie uns zunächst eine Bestandsaufnahme dessen machen, was wir gekauft haben und was wir bereits zu Hause haben. Dann können wir die Mahlzeiten danach planen, was wir verbrauchen müssen und was wir ausprobieren möchten. Okay, wir haben Hühnchen, Hackfleisch, Garnelen, Brokkoli, Karotten, Paprika, Eier, Milch, Brot und einige Snacks und Getränke. Großartig! Und was haben wir zu Hause? Lass uns sehen. Wir haben Pasta, Reis, Tomatenkonserven und gefrorenes Gemüse. Okay, fangen wir mit Montag an. Wie wäre es mit gegrilltem Hähnchen mit gebratenem Gemüse? Klingt gut für mich. Und dann können wir Dienstag Spaghetti mit Fleischsauce machen? Yep! Und am Mittwoch können wir mit Reis und etwas gefrorenem Gemüse braten. Ich mag es. Und Donnerstag können wir einen Salat mit gegrillten Garnelen machen? Genau! Und am Freitag können wir Tacos mit Hackfleisch machen. Das macht Spaß. Mir war nie bewusst, wie kreativ Essensplanung sein kann. Es kann viel Spaß machen und es ist eine großartige Möglichkeit, neue Rezepte auszuprobieren und Dinge zu vermischen. Okay, wir haben also unsere Mahlzeiten geplant. Was müssen wir für den Rest der Woche kaufen? Wir brauchen etwas Nudelsause, Maiskonserven, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Käse und ein paar Taco-Muscheln. Es ist schön, eine bestimmte Einkaufsliste zu haben. Es hilft uns, unser Budget einzuhalten und keine unnötigen Artikel zu kaufen. Genau! Und da wir bereits viele Zutaten haben, müssen wir nicht so viel kaufen. Ich freue mich wirklich sehr darauf, diese neuen Rezepte auszuprobieren. Es wäre schön, die Dinge von den üblichen Mahlzeiten abwechseln zu können. Ich stimme zu. Und da wir es zusammen machen, wird es noch mehr Spaß machen. Ich bin allerdings etwas nervös, neue Rezepte auszuprobieren. Was ist, wenn wir es vermasseln? Es ist okay, John. Beim Kochen dreht sich alles um Versuch und Irrtum. Und wir können das Rezept jederzeit anpassen, wenn wir müssen. Du hast recht, Anna. Ich sollte keine Angst haben, neue Dinge auszuprobieren. Und selbst wenn es nicht perfekt wird, wird es immer noch eine Lernerfahrung sein. Genau, John. Und wer weiß, vielleicht überraschen wir uns selbst und machen etwas Tolles. Wann sollten wir also mit der Zubereitung von Mahlzeiten beginnen? Ich denke, wir sollten morgen anfangen. Auf diese Weise haben wir alles für die Woche vorbereitet. Klingt gut für mich. Womit sollten wir beginnen? Beginnen wir damit, das Huhn für das Essen am Montag zu marinieren. Dann können wir das Gemüse für die Bratpfanne und den Salat zerkleinern. Und wir können die Fleischsause für die Spaghetti am Dienstag machen. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Willst du mit der Fleischsause umgehen, John? Ich kann mit der Hühnermarinade beginnen. Klar, das kann ich machen. Und ich fange auch an, das Gemüse zu zerkleinern. Großartig! Und ich werde an der Marinade arbeiten und das Hühnchen in den Kühlschrank stellen. Weißt du, Anna, ich schätze deine Hilfe bei all dem sehr. Ich glaube nicht, dass ich es alleine hätte schaffen können. Natürlich, John. Ich helfe gerne. Und es hat wirklich Spaß gemacht, gemeinsam daran zu arbeiten. Ich fühle mich wirklich motiviert, so weiterzumachen. Vielleicht können wir die Planung und Zubereitung von Mahlzeiten zu einer normalen Sache machen. Ich denke, das ist eine großartige Idee. Es hilft nicht nur dabei, ein Budget einzuhalten und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, sondern macht auch die Essenszeit angenehmer. Apropos Essenszeit, ich kann es kaum erwarten, diese neuen Gerichte auszuprobieren. Möchtest du einen Geschmackstest machen, bevor wir mit der Zubereitung beginnen? Klar, machen wir es. Wow, dieses Huhn ist wirklich gut. Und das gebratene Gemüse ist perfekt gewürzt. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Und die Spaghetti mit Fleischsausse sind auch köstlich. Ich kann es kaum erwarten, die restlichen Mahlzeiten auszuprobieren. Und ich freue mich noch mehr darauf, es zusammen zu machen. Weißt du, John, ich bin wirklich stolz auf uns. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, als einfach ziellos im Supermarkt herumzulaufen. Du hast recht. Wir haben viel über Budgetierung, Essensplanung und Kochen im Allgemeinen gelernt. Und es hat wirklich Spaß gemacht, es zusammen zu machen. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Ich auch, Anna. Ich freue mich darauf zu sehen, was wir noch gemeinsam erreichen können. Weißt du was, John? Ich denke, wir sollten unsere Reise dokumentieren. Vielleicht können wir einen Blog oder so starten und unsere Erfahrungen mit anderen teilen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Und wer weiß, vielleicht inspirieren wir auch andere, mit der Planung und Zubereitung von Mahlzeiten zu beginnen. Ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt. Vielleicht können wir eines Tages sogar unsere eigene Kochshow starten. Das wäre unglaublich, Anna. Mir war nie bewusst, wie viel Spaß kochen und Essensplanung machen können, bis wir angefangen haben, es zusammen zu machen. Nun, John, ich denke, wir hatten heute einen wirklich erfolgreichen Ausflug zum Supermarkt. Wir haben uns an unser Budget gehalten, Mahlzeiten für die Woche geplant und sogar einige neue Rezepte ausprobiert. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Anna. Danke für all deine Hilfe und Unterstützung.